Ich glaube es war super wichtig mit drei Punkten in die Länderspielpause zu gehen. Einfach mit einem guten Gefühl einmal ganz kurz runterfahren zu können und auch fürs Selbstbewusstsein jetzt vor allem in dieser Woche intensiv zu arbeiten und mit Vollgas in das nächste Spiel reingehen. Ich erwarte ein super intensives Spiel. Wir wissen, dass St. Gallen eine krasse Pressing der Mannschaft ist, dass sie Vollgas geben und so bereiten wir uns gerade auch darauf vor und müssen voller gegenwärtig sein. Ja, das war eine sehr wichtige Veranstaltung, besonders weil wir nur mit einem Spieler und es war am Anfang der zweiten Partie der Saison. Wir haben ein Home-Games gespielt, also gegen ein sehr gutes Team wie Sengal und es war eine sehr wichtige Veranstaltung. Es ist immer ein Freude, die Fans haben, wie wir haben. Wir haben großartig Unterstützung. Es geht nicht darum, ob wir nach Hause spielen oder weg sind. Sie machen immer eine gute Atmosphäre. Sie machen immer für uns immer. Ich bin sicher, dass sie in guten Nummern kommen werden, wie immer wieder in St. Gallen. Also, wie immer wieder in St. Gallen. Ich bin sicher, dass sie in St. Gallen.